Die English Premiership ist die höchste Spielklasse der Männer im englischen Rugby Union, sie trägt den Namen des aktuellen Hauptsponsors Aviva. Sie wurde zur Saison 1987-88 still eingeführt und ist eine Profiliga, die vom englischen Rugbyverband Rugby Football Union sowie der Premier Rugby Limited in Form eines Joint Ventures namens England Rugby Limited organisiert wird. Frühere Namen waren Courage League, Ali Danba Premiership, Zurich Premiership und Guinness Premiership. In der Liga sind zwölf Mannschaften vertreten. In der Premiership werden im Ligasystem, bei dem jeder Verein in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Verein antritt, die vier Teilnehmer der Playoffs sowie die sechs Teilnehmer des höchsten Europa-Pokal-Wettbewerbs Hain-Eken-Cup ausgespielt. Der englische Rugby-Meister wird am Ende der regulären Spielzeit durch die Playoffs ermittelt. Alle anderen sechs Mannschaften, die sich nicht für den Hain-Eken-Cup qualifizieren konnten, nehmen automatisch am zweiten Europa-Pokal-Wettbewerb namens am Lean Challenge Cup teil. Der letzte steigt in die FU Championship ab, die seit 2009 die zweithöchste Spielklasse unterhalb der Aviva Premiership bildet und ebenfalls eine reine Profiliga ist. Geschichte Die RFU sträubte sich viele Jahre gegen die Einführung von Ligen. Sie befürchtete, dadurch würde der Druck auf die Vereine steigen, ihre Spieler bezahlen zu müssen und somit das Amateur-Ethos zu brechen. Stattdessen organisierten die Vereine Freundschaftsspiele und führten traditionelle Begegnungen durch. Die einzigen organisierten Turniere in England waren der County Cup und das County Championship, ersterer für Vereinsmannschaften, letzteres für die Auswahlmannschaften der Grafschaften, der Daily Telegraph und einige Regionalzeitungen wie die Yorkshire Post veröffentlichten Listen, welche die Leistungen der einzelnen Mannschaften im Laufe einer Saison abschätzten. 1972 beschloss die FU die Einführung eines nationalen Pokalwettbewerbs, der heute unter dem Namen EDF Energy Cup bekannt ist. Es folgten regionale Wertungstabellen und schließlich Mitte der 1980er Jahre eine nationale Wertungstabelle. Schließlich wurde 1987 die Courage League eingeführt. In der ersten Saison vereinbarten die Vereine die Anspielzeiten unter sich. Das neue Ligensystem erwies sich als großer Erfolg, vor allem die Mannschaften in den oberen Ligen verzeichneten höhere Zuschauerzahlen. Ein größeres Engagement von Sponsoren und aufgrund der regelmäßig stattfindenden Spiele einen Anstieg des Leistungsniveaus. Die Befürchtungen, eine Liga könnte zu mehr Gewalt auf dem Spielfeld führen, erwiesen sich als weitgehend unbegründet. In der darauf folgenden Saison 1988-89 übernahm die RFO selber die Saisonplanung und legte die Spieltage fest. In den ersten Jahren gab es noch keine feste Struktur mit Heim- und Auswärtsspielen, da die Mannschaften damals nur einmal gegeneinander antraten. Erst 1994 erfolgte die Einführung eines vollen Programms mit jeweils einem Heim- und einem Auswärtsspiel gegen jede andere Mannschaft. In der Saison 1994-95 übertrug Sky Sports erstmals Spieleleife am Fernsehen. Diese Zusammenarbeit dauert bis heute an. Auf die Saison 1996-97 hin wandelte sich die Amateurliga in eine Profiliga. In der Saison 2001 wurde eine Vorschlussrunde ein sogenanntes Play-Off eingeführt, an dem sich die vier besten Mannschaften der regulären Saison beteiligen. Finanzen, Vereine in der Aviva Premiership dürfen pro Saison 2,25 Millionen Pfund ausgeben, um ihre Spieler zu bezahlen. Bis zur Saison 2004-05 betrug dieser Salary-Cap noch 2 Millionen. Zusätzlich zahlt die Rugby-Football-Union den Vereinen eine Entschädigung von 30.000 Pfund für jeden englischen Spieler unter der Bedingung, dass dieser für internationale Spiele freigestellt wird. Problematisch ist aber, dass Top-Spieler weit mehr als diese 30.000 Pfund wert sind und manche Vereine deshalb ihre besten Spieler nicht während der ganzen Saison einsetzen, um so das Verletzungsrisiko zu minimieren. Während der Saison 2006-07 besuchten 1.539.334 Zuschauer die 135 Meisterschaftsspiele, was einem Schnitt von 11.402 entspricht. Dies war mehr als die Hälfte mehr als noch in der Saison 2001-02, als der Schnitt noch 7.490 Zuschauer pro Spiel betrug. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf den Erfolg der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2003 zurückzuführen. Mannschaften Die folgenden zwölf Mannschaften spielen in der Saison 2016-17 in der Aviva Premiership. Ende der Saison 2015-16 stiegen der Bristol Rugby auf, während London Irish in die FU Championship absteigen musste. Meister-Playoff-Finale jeweils im Londoner Twickenham Stadium ausgetragen. Untertitelung des Zenses parleAPPs